Nein, was ist denn los? Da tropft es mir direkt aus der Hose raus. Zum Glück ging er nicht ins Gesicht. Und dann macht er einfach den Arschloch-Move und steht drauf. Mittendrauf. Ich pimmel da rum, anstatt einfach mal ein bisschen zu gucken. Verstehst du? Ah, schade, ne? Da ist das Ace wieder dahin. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Barte da, dieu, mio, madre. Da werde ich direkt zum Italiener, Alter. Krass, wegen meinem Bartwäsch. Es ist endlich wieder soweit. Eine Runde CSGO Matchmaking. Ich habe gesehen, dass ich das letzte, äh, du cheatest natürlich, dass ich das letzte von der Woche oder so hochgeladen habe. Mir kommt das immer so vor, als wenn die Videos, ich weiß auch nicht, viel näher aneinander wären. Also jetzt speziell diese. Das sind ja eigentlich meine Renner, meine Top-Zugpferde auf dem Kanal. Und ich denke jedes Mal, ja, oh, das ist ein geschiffen Gegner. Ich denke mir jedes Mal, ja gut, das werden halt, äh, drei, vier Tage sein, die dazwischen liegen. Aber es sind sieben. Was zum Teufel, oder? Was zum verschissene Teufel-Arten durchschief. Ich weiß, dass gerade eine Multare, hä? Was durchschiefläuft. Er kann noch schießen. What the fuck? Sehr gut. B ist, äh, Gebärdensprache und steht für B. Ich bin also vorne, okay? Ich darf also die ersten Kills machen. Gut, gut, dann werden aber direkt fünf draus, Alter, wenn ich vorne bin. Verstehe ich? Ich habe die Bombe nicht, okay? Wir ballern da, wir ballern da! Bra! Leute, ey, was? Das ist echt eine Frechheit, ne? Nein, 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 ich will es nachladen. Nein! Ich dachte ganz kurz so am B-Spot, mal hochschauen, ob da einer steht. Ich glaube, ich habe sogar die Kiste von unten angeschaut, aber ich habe nicht hochgeguckt. Egal, es läuft. Im Moment läuft es ganz gut. Ich bin eigentlich so mittelmäßig zufrieden gerade mit unserer Performance nach der ersten Runde. Ich werde mal direkt die Decointaktik einblenden. Oh, die ist natürlich raffiniert geflogen. Jetzt denken sie, wir würden hier anfangen. Dabei kommen wir tatsächlich hier lang, Alter. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte, ne? Das ist es. Das ist es, was die ganzen DSL-Spieler so machen. Alter, hast du mir gerade in die Fresse geschossen? Ja, der rennt da aus dem... So, nein! Oh, Siti. Er kann mich echt noch attackieren, da hinten, der Siti-Aner. Krieg ich so einen Hals. Es ist nur noch der eine. Wir haben drei Teammates am Start und sie sind zum Glück nicht behindert. Aber hört auf, in eurer komischen Fantasiesprache zu sprechen, Jungs, gell? Englisch, sie haben einen Stissel. Gut. Mann, jetzt bin ich verreckt und habe kein Cash. P90 reicht mir. Verstehst du? Damit mache ich easy. Das ist Ace, wenn nicht sogar zwei. In einer Runde. Oh, ich bin gegen die Wand gelaufen. Das ist Teil meines diabolischen Plans. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht, denn ich gehe um die Ecke, zeige mein Glied. Hä? Moment mal. Ich will sie jetzt ja nicht tot prügeln, ne? Wie kann man nur so räudig sein? Er steht da einfach wie so ein wartendes Stück Scheiße und wartet. Krass, oder? Krass! Super, ich bin wieder verreckt. Nein, hört auf. Hört auf, hört auf, irgendwie zu sprechen. Er gibt mir einfach eine AK. Ist so ein richtig lässiger Kerl. Gut, er spricht zwar nicht englisch, aber... Hey! Dabei habe ich jetzt eine AK. Ich bin ja schlecht. Oh Gott. So, dann planete ich mal. Ich war ganz alleine auf B. Das war vielleicht etwas schwachsinnig, diesen, diesen, äh, Weg zu gehen. Es ist halt ein bisschen anlackig. Ich hätte eigentlich schon, ähm, naja, 800 bis 803 Kills. Aber so geht es eigentlich auch. Mit dem Team bin ich auch ziemlich zufrieden. Sie reden zwar manchmal nicht englisch, ähm, aber... Ich werde mir jetzt auf jeden Fall angewöhnt, mit dem Team zu gehen. Wenn ich die Bombe habe. 5-0, ich weiß jetzt nicht genau, was die Cities gerade so planen. Sieht wieder nach aus. Ich verschiebe schon mal ganz genüsslich. Durch Tunnels. Underpass, underground. Oh, danke für die Smoke. Dad. Aha. Nein, was ist hier los? Die Mates waren ja noch gar nicht drauf, ne? Oh. Ich pimmel da rum, anstatt einfach mal ein bisschen zu gucken. Verstehst du? Ah, schade, ne? Da ist das Ace wieder dahin. Wo sind eigentlich meine ganzen Sterne? What? Leute, wie geht es euch eigentlich? Heute ist der 12. Also der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme, ist der 12. 12. In 12 Tagen ist Weihnachte. Was macht ihr so? Habt ihr schon alle Geschenke gekauft? Schenkt ihr überhaupt Geschenke? Oder schenkt ihr, keine Ahnung, eure Präsenz? Ich verschenke am liebsten meine Präsenz, Verschlechter. Ich bin, beziehungsweise, ich verfalle dem Weihnachtsstress eigentlich nie. Weil ich gar nicht so viel mache, schenke und sowas. Okay, gut, der ist natürlich herrlich reingelaufen. Jungs. Und Connector war alles klar. Der Dirk, Dikla hat ihn gekillt. Dikla, gut gemacht. Dikla, Dikla. Mensch, Dikki. Die Weihnachtsstimmung will bei mir auch noch nicht so richtig aufkommen. Es wäre mal edel, wenn das so richtige weihnachtliche Skins gäbe. Aber ich glaube, die gibt es nicht, oder? Es gibt nur die, die es eben gibt. Ach ja, und an der Stelle direkt mal noch gefragt hier, was haltet ihr eigentlich von diesen weihnachtlichen... Gloves. Beziehungsweise eben von den Gloves. Fallen euch die Gloves? Wollt ihr die mal? Habt ihr vor, euch irgendwann mal einen Glove in CSGO anzuziehen, falls ihr mal welche gewinnt, zieht, kauft? Gut, wenn ihr sie kauft, dann wollt ihr sie wahrscheinlich auch anziehen. Nehme ich einfach mal so an. Aber glaubt ihr, das ist cool mit Gloves da... Oh, shit, na, wie peh! Ich nehme an, ihr habt sicherlich wieder das Overwatch-Video gesehen, dass die Tage kamen. Und, was war es wieder? Es war wie immer das 2. Das 2 ist doch die abgefuckte Hack-Map-Cheat-Swaggotron-Karte, die es gibt, oder? Jedes Overwatch, das ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben, war auf das 2. Zufall? Ich glaube nicht. Selbst die die Gutschel gemacht hat, waren, soweit ich das aus seinen Erzählungen raushören konnte, auf das 2. Männer, ich muss ja mal durch. Ich bin einfach über ihn drüber gelaufen. Ich bin so asociane. Nein, 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 der kickt mich noch! Das gibt's doch nicht! Wie konnten wir denn jetzt von unserem Ultraskill auf, auf das hier fallen? Don't drop the bomb, you masterfuckers. I gonna fuck you in C-S, you masterfuckers. Das sind doch dummköp. Warum macht ihr das? Fuck. Dank mir haben wir die Runde, ganz klar. Habe ich jetzt einen Stern? Ach, es geht doch, es geht doch, Mann. Da bin ich direkt so asociane leichter. Da tropft es mir direkt aus der Hose raus. Ah, hier ist die Opf. Die will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt... Ah, schiss, ne Knall. Ah, hau, hei. Wenn er mir gleich einen Header... Oh, der Mate ist schon auf A, auf B. Okay, gut, gut, gut. Check, check. Bro, 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 bro. Okay, das ist gut, das ist gut, bro. Headers up short. Oh, schade. Da habe ich den Kill nicht bekommen. Generell die Runde jetzt nicht so viel gemacht, aber man muss sich auch manchmal ausruhen von den Strapazen des Krieges. Gerade wenn man die Runde davor so assi krass gut gemodelt hat. Krass, korfakomat, wie die Jugend heutzutage sagt. Oder Choral. Mein Kind noch Choral? Du bist so Choral. Das ist einfach wieder schön mit euch, Leute. Ich gucke mir jetzt so ein bisschen Side-Fi-Boxen und gucke, dass ich heute wirklich sehr, sehr viel aufnehme, denn ich will nach wie vor auch über die Feiertage schauen, dass der Kanal durchgehend befüllt ist mit Videos. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Weihnachts-, Silvester-Specials... Ihr kennt mich. Ich bin einfach nicht so der Typ, der irgendwelche Specials macht. Ich mache maximal ein Abo-Special oder sowas. Aber ich habe noch nie irgendwelche... Ich habe mal einen Adventskalender gemacht vor zwei Jahren, aber dafür ist es jetzt ja auch ein bisschen spät. Alter, Alter, bin mir lecks von euch. Was ist da los, oder was? Oh, ja. Nein, von hinten, Bro! Ah! Okay, 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 chill. Chill, deine ultrakrasse Unterhosen. Dam, dam, du, 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 geheime Mission. Und Zeit läuft. Ich habe mir die Hose vollgekackt. Ah! Ach, du bist vielleicht dein Hochsohn. Ah! Ah! Das ist vielleicht ein Sack. Da hat er mir knallert den Sieg gekostet. Ah! Wie knapp war das denn, bitteschön? Ich habe ihn zum Glück noch gelegt, aber hey! Na, gut, es war klar, dass er auf B verschiebt, ne, aber ich habe einfach nicht mit ihm auf B direkt gerechnet. Ich dachte, er bleibt halt kitsch, ne, damit er auch ansagen kann und auch vor allem schnell verschieben kann, falls ich noch auf A bin. Und dann macht er einfach den Arschloch-Move und steht drauf, mittendrauf auf dem Spot. Wo ich ihn auch easy hätte wegholen können, hätte ich damit gerechnet. Ich muss einfach noch rechnungsvoller spielen. Ich muss mehr mit diesen ganzen Sachen rechnen. Ich darf nicht immer so larifari hier mal so ein bisschen das Gemächt baumeln lassen. Das geht einfach nicht. Ich muss richtig on point sein. Finanziell muss das laufen, das Spiel. Ich lebe von Counter-Strike. Also, ich möchte so ein bisschen vorausschauender spielen, dass ich nicht so ultramäßig in die Feinde reinrenne, beziehungsweise eben nackt in die Feinde reinrenne. Es ist ja nicht schlimm, wenn man in den Aufguss von Feinden hineinrennt. Aber, jetzt habe ich ihm die AK gegeben. Ja, hoffentlich droppt er die jetzt, ne? Das ist nicht AFK, dieses böde Schweinekind. Gott, wie viel wieder aggressiv wird, Alter. Weil ich nur auf dem zweiten Platz bin. Das fuckt mich halt schon wieder ab. Ja, der ist echt AFK, ne? Ich habe dem AFKler eine AK zugeworfen. Das ist doch grandiose. Windows down. Der hat gefressen, das heißt, die Nate müssen ihn eigentlich rumbringen oder auch nicht. Oh, nein, der steht direkt da. Was habe ich ihm gegeben? 57 in 3. 57 in 3, das war der Hypo. Mann, Mann, Mann. Die komplett nicht so reagieren, wie man eigentlich reagieren würde, so als normal denkt der Mensch. Sondern sie laufen einfach rum und singen, tanzend, die Arme von sich weg strecken, schreien. Damit rechnet man einfach nicht. Damit rechnet man einfach nicht. Mann, Mann, von hinten bitte. Oh, scheiße, er hat mir so gegeben. 32. Achtung, Bro. Oh, scheiß doch die Wand dann, ey. Was mache ich? Warum gucke ich nach rechts, wenn ich da nur diesen einen Punkt sehe? Naja, 9, 6. Ob das wirklich so eine gute Hälfte war? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, ich weiß es nicht. Ich werde den Voice Chat jetzt wieder offen lassen, außer sie labern irgendeinen Scheiß, dann muss ich sie muten. Aber ich spiele einfach deutlich besser, wenn ich die Leute gerade in so brenzlige Situationen ausschalte, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren, wenn sie dann auch sagen, he's right, he's right, he's right, he's right, he's right. Ich habe Ohrhofen, komm. Also am Kopf dran, drin. Ist es wirklich, ah, lass mich kurz einmal hier gucken. Alles klar, ist schon mal gemutet. Geil, Mann. Ich will noch nicht gehen. Oh, er hat ne. Aber es war eine ganz gute Eco, also, naja. Da kann man einfach nicht viel machen. Schade. Das Wichtige ist immer, dass A gut steht, weil ich bin auf B, da kommt eh kein Schwein durch. Verstehst du? Und ich werde jetzt so vorausschauend wie möglich spielen. Ich schmeiß zum Beispiel direkt meinen Molli da rein. Auch wenn sie nicht kommen, ist mir egal. Ich wage jetzt nicht wieder 1000 Jahre. Alter, es ist so nervig. Er kann ja in seine Katze beißen oder sowas, aber nicht hier. im Team-Chat labern. Nein, 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 nein. Ficko. Ich verschiebe zum Mate. Ich glaube, der hat Probleme da drüben. Oh, geil, Bro, Alter. Ede von ihm. Nein. Fuck. Scheiße, scheiße. Er kommt einfach angerannt. Aber ich bin nach wie vor mit der Team-Performance eigentlich ganz zufrieden. Wir sind hier killtechnisch doch alle ziemlich auf dem selben Stand. Wenn A stabiler wäre, wäre cool. Wobei ich jetzt auch für die Sicherheit von B nicht garantieren kann. Denn ich habe keine Granaten. Beziehungsweise nicht die Granaten, die ich brauche. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich hier, ne? Oder auch nicht. Scheinbar ist die Bombe vor A. Fuck. Es war noch vier Stück und ich habe einfach nicht geblickt, wo oben und unten ist. Mann, diese Smokes immer, oder? So, Kinder. Könnt ihr jetzt bitte mal aufhören, hier in die verfickte T-Base zu rennen? Ich nehme alles zurück, was ich vorhin über die Team-Performance gesagt habe. Sag mal, es ist doch unglaublich, was hier gerade passiert, oder? Das kann doch jetzt kein Comeback sein. Egal, ihr schafft es. Kommt runter, ihr seid gut. Kommt, drei gegen zwei. Bitte. Konzentriert euch. Zwei gegen einen. Steps on the way. Oh, down on the way. Ach, da oben. Locker haben wir das gemacht. Hombi. Was war das denn? Guckt euch das an. Viel lächerlich waren das, bitteschön. Und ich wette jetzt mit euch, jetzt kommen sie B-gerusht. Jetzt, wo ich nichts habe. Nackt. Jetzt kommen sie gerusht, um mich richtig durchzuficken. Nice, ey. Zum Glück sind sie nicht B-gekommen. Ich hätte so geheult. Eben schreiben sie noch Easy und jetzt fangen sie an mit Cheater. Das müssen Kinder sein. Wisst ihr, was ich denen später reindrücke? Ich mache sowas. Bomms. Ich mache sowas ja eigentlich nicht, aber ich drücke denen später sowas von Easy. Das ist ja noch einer. Ist der klein? Er hat sieben HP noch. Und es waren einfach noch drei. Ich drücke ihnen später sowas von locker in GG Easy rein. Falls ihr verlieren, werde ich das ganz sorgfältig rausschneiden und ihr habt nie was davon erfahren. Oh, das reicht nicht für einen Molli. Oh, nee. Es ist zu teuer bei den Counterterroristen. Okay, gut. Das ist halt so ein richtig ausgearbeiteter Apparat. Bei den Terroristen ist es einfach nur eine Flasche. Eine lächerliche läppische Flasche. Drei, zwei, eins. Fick, eure scheiß Rush. Jawohl, jawohl. Leute, 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 übertreibt es nicht, F.A. Guck mal, wie weit die schon wieder vorne stehen, ne? Der muss das Ding fast runtergegangen sein, T-Stairs. Geil, tot beide. Oh, nein. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Nice! Das war schon sehr nice eben. Das war schon sehr, sehr nice. War der die ganze Zeit im Eck gesessen oder kam der von oben runtergesprungen? Ich habe es nicht verstanden, warum er mich jetzt hat so lange diffusen lassen. Gehe ich halt durch. Vielleicht möchte ich dabei so ein bisschen selbst. Ich hasse diese Treppe, Mann. Das ist meine Headshot-Treppe. Also die rechts. Nice! Ich hatte ein Kind einen Stern bekommen. Ja! Silent Fancy! Na, kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Alter, meine ganzen Kindheits-Serien-Erinnerungen kommen gerade noch. Krass. Oh! Das ist schon sehr, sehr frech. Ich bin immer so im Sprung. Zum Glück mir ja nicht ins Gesicht. Gleich ballern sie mich so brutal um, ne? Das wird gleich echt eklig. Es sind noch drei. Die AWP ist auf jeden Fall noch da zu 100%. Ich verspür gerade voll den Zwang, aufs Radar zu gucken. Aber dann kommen sie. Dann kommen sie! Und dann nicht. Achtsam bleiben bis zum Schluss. Jawoll! Das haben wir uns doch nochmal schön erkämpft hier, dieses Draw und den möglichen Sieg auf jeden Fall auch. Doch, ich bin ganz zufrieden mit der Truppe. Also wir haben ungefähr die gleichen, also nicht ganz die gleichen Kills. Klar, der Dirk, der Dirk ist so ein bisschen weit unten, aber selbst er mit zwölf Kills, das läuft. Das läuft. Aber naja. Scheiße, fünf gegen vier. Wir haben einen verloren. Warum bin ich rausgegangen? Die wären jetzt gemütlich zu mir hingeschlichen und ich hätte sie gebumst. Aber hart. Und dann passiert mir sowas. Er hat irgendwie, Leute, eins in eins. Er hat so minimal geleckt, oder? Türen weg. Alles klar! GG! Easy! Ich bin so ein Wichsbeutel. Jetzt habe ich halt auch einmal geschrieben. Komm. Ich will auch mal so ein kleiner Bock sein. Ich habe 200 Siege. Das sah doch eigentlich mittelmäßig gut aus, oder? 63 Punkte. Läuft. Erzählt doch mal, wie ist bei euch diese Sound-Updates so rumgekommen? Kann das euer Headset gescheit wahrnehmen? Ist es für euch irgendwie besser, oder sagt ihr, es ist ultra scheiße geworden? Haut's raus! Gebt einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben, auch eure Eltern. Die brauchen mehr Geld dann, denn jedes Lob kostet ein Stück Kot. Und das ist sehr teuer. Bei mir. Ich hoffe, ich habe ungefähr den Takt getroffen, ne? Ciao, ciao!